Hallo, ich begrüße Sie. Mein Vortrag, virtuelle Inverted Classrooms, unter dem Gesichtspunkt des Know-how-Transfers an potenzielle Start-up-Gründer. Das ist hier das Thema, auch in eigener Sache, weil ich werde zwar noch nicht so alt eingeschätzt von der Künstlichen Intelligenz, die schätzt mich hier mit 51 ein, plus minus 13. Das war vor einem Jahr, da stimmt das sogar, da war ich noch 64. Aber ich muss mir Gedanken machen, wie geht es weiter? Wer kann mein Unternehmen übernehmen oder wem kann ich auch nur die Ideen, die ich in diesem Zusammenhang entwickelt habe, die Konzepte, wer kann damit was anfangen? Und das ist der Grund. Das ist der Grund auch dafür, dass ich dieses, was ich hier auf meiner Titelfolie stehen habe, einfach mal bei Google eingegeben habe. Virtuelle Classrooms oder virtuelle Inverted Classrooms, Know-how-Transfer für potenzielle Start-up-Gründer. Genau dieses gab es noch nicht, aber als ich dann bei der Bildersucht geschaut habe, da sah ich hier lauter arrivierte Institute, beziehungsweise deren Vertreter, dynamisch blickende Herren, ganz selten auch mal irgendwo im Hintergrund eine Frau zu sehen, hier und hier zum Beispiel. Da habe ich nicht lange nachgeschaut. Jedes dieser Einrichtungen hat irgendwo ein Kontaktformular, aber das schien mir da nicht angemessen. Was mir aufgefallen ist, ist die Seite der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich, in der Schweiz. Die machen dann also auch gleich auf sich aufmerksam, anders als diese anderen. Da steht der Master-Song. Da fällt ein Hip-Hopper vom Himmel. Und als er da unten ankommt, da stellt er dann eben die interessanten Studiengänge in der Schweizer Stadt vor. Das brauchen die eigentlich nicht. Die haben genug Studenten, aber die wollen nur die Besten. Und mit unkonventionellen Ideen, da hat man natürlich bessere Karten, als wenn man sagt, okay, ihr könnt nur zu uns kommen. Die können sich dann, wenn sie den Andrang so steuern, dass er groß ist, eben die Besten raussuchen. So, auf jeden Fall war das unterhaltsam. Das Video empfehle ich. Geben Sie einfach das ein im Anhang zu meinem Vortrag. Sie können diese Folgen sich herunterladen. Unter dem Video gibt es einen Kommentar. Und da ist der Link zu der Stelle mit dem Download auch angegeben. So, dann haben wir hier mal nach diesem Begriff virtuelle Inverted Classrooms Know-How-Transfer an potenzielle Start-Up-Gründer gesucht. Da finden Sie also auch Ähnliches. Wahrscheinlich wird das für Sie dann ein bisschen anders aussehen, weil die Browser denken ja mit. Ich möchte jetzt meine Idee vorstellen. Und dazu dann also auch zunächst mal den Begriff, was ist ein Inverted Classroom? Das Bild, was Sie rechts oben sehen, Sie sehen es ja auch in der Adresszeile Moodle-Uni-Bochum. Da habe ich das Bild entnommen. Links die konventionelle Lehre im Sinne, da ist eine Vorlesung und alle schauen hin und nachmittags sitzen dann zu Hause und kämpfen mit der Anwendung und mit den Übungsaufgaben. Beim Inverted Classroom rechts im Bild, da schaut sich der Studierende das, was der Gegenstand von Vorlesungen ist. Das schaut er sich aus einer Konserve an, beispielsweise aus dem Video, ob bei YouTube oder eben auf der hochschuleigenen Plattform. Das kann er zu Hause machen, zu der Zeit, wenn er am besten aufnahmebereit ist. Und die Veranstaltung, die läuft dann anders ab. Der Dozent, der steht nicht vorn und hält seine Monologe, sondern der läuft zwischen den Gruppen oder zwischen den Teilnehmern um und schaut, wo er bei der Anwendung und bei der Übung helfen kann. Das ist also die Idee des Inverted Classroom. Dieser Begriff wird im Hochschulkontext eingesetzt, aber den gibt es eben auch im schulischen Unterricht. Umgedrehter Unterricht, Flipped Classroom im Schulkontext. Ich habe hier ein Beispiel genannt, Unterricht oder umgedrehter Unterricht.de. Da ist ein Beispiel, Sebastian Schmidt macht da ein Video zu Flipped Mathe und da ist das im Prinzip ähnlich. Das, was da an Vortrag beziehungsweise an Materialien ansteht, das schauen sich die Schüler zu Hause an. Und in der Schule, da wird dann im Gruppenunterricht das angewendet. Das heißt, der Lehrer wandert dann also auch bei den Übungsaufgaben, die man in der Schule macht, von Tisch zu Tisch und schaut, ob die Schüler das also auch verstanden haben. Der Vortrag, der wird aus der Konserve entnommen und die Zeit, die der Vortragende dann dafür freischaufelt, die kommt den Studenten oder den Schülern zu statten, weil sie dann eben unmittelbar mit ihm ins Gespräch kommen und eben nicht mehr so frontal, wie das früher war. Das war dieses Teil. Virtuell habe ich hier noch reingebracht. Sie sehen, es ist das gleiche Bild. Nur, dann kann man bei diesem Modell nicht mehr davon ausgehen, dass der wirklich persönlich zwischen den Gruppen rumläuft, sondern der macht das per Videokonferenz. Der schaltet sich auf die Teilnehmer der Einzelnen oder der Gruppen. Das funktioniert. Habe ich ja schon Jahre gemacht oder mache ich schon Jahre. und spricht mit ihnen. Solche Szenarien sind natürlich nicht in der Schule sinnvoll, wo man im nahen Umfeld alle Schüler zusammenbekommen kann, sondern es gibt in Deutschland 248 Ausbildungsberufe, wo es bundesweite Fachklassen gibt. Das heißt, eine oder nur ganz wenige Klassen gibt es an wenigen Standorten, die dann über alle Bundesländer zusammengelegt sind. Das kann man sich anschauen. Von der Kultusmonisterkonferenz gibt es also da so eine Aufstellung, an welchem Ort wird was ausgebildet. Und da ist das natürlich eine ideale Sache. Die müssen natürlich gelegentlich zusammenkommen im Blockunterricht, aber zwischendurch wären solche Inverted Classrooms natürlich eine Möglichkeit. Die können dann also auch öfters mal zusammenkommen, zwar nur virtuell, aber man hat Kontakt miteinander und auch mit dem Dozenten oder dem Lehrer, dem Kursleiter, dem Ausbilder, der das macht. Und das ist natürlich eine ganz interessante Sache, um öfters zusammenzukommen und nicht tagelange Anreisewege hinter sich zu bringen, weil irgendwo in Deutschland ist dann die Berufsschule, die zuständig ist. Damit habe ich also jetzt gezeigt, wo das eingesetzt werden kann. Es gibt unzählige weitere Einsatzmöglichkeiten, auch im Bereich, wenn es jetzt um Behinderungen geht. Ich habe eine Zeit lang im Bad Wildbad gearbeitet. Dort waren junge Menschen, die durch Autounfälle beispielsweise im Rollstuhl saßen. Man könnte eben auch mit diesen Modellen leichter diesen Menschen den Unterricht nahe bringen, als wenn man sie dann in einem Ort wie Bad Wildbad versammelt. Und dort müssen sie also dann zusammenarbeiten. Das ließ sich also auch dezentraler regeln, wenn man hier einige Gedanken mit unterbringt. So, jetzt komme ich aber auf die eigentliche Durchführung. Diese erste Folie, die ich hier habe, Titel Digitale Bildungsveranstaltung im Inverted Classroom. Das ist also jetzt erstmal, wie das allgemein aussehen kann, so eine Bildungsveranstaltung. Bei jeder Veranstaltung muss klar sein, was muss schon da sein, bevor man beginnt. Man braucht einen Plan, einen Lernzielplan, einen Syllabus, wie auch immer man das nennen will. Dann braucht man natürlich auch die Sicherstellung der methodischen Voraussetzungen. Haben die alle ihr Notebook, haben die alle ein Smartphone oder ein Tablet? Das muss geklärt werden. Dazu bietet sich zum Beispiel ein Tool an. Hier sieht man das Symbol Kahu. Man stellt eben einen kleinen Test bereit, nachdem die fachlichen Voraussetzungen geprüft werden und auch die methodischen Voraussetzungen. Entweder schon vorher oder während der Veranstaltung, die hier in dem blauen Feld zu sehen ist, wird geprüft, ob die Voraussetzungen gegeben sind. In der Keynote wird besprochen oder es wird vorgetragen, worum es geht. Das kann man natürlich auch schon vorab in einem Video machen. Aber man kann das ja hier bei so einer Veranstaltung nochmal besprechen, wenn es Fragen gibt. Wichtig ist, dieses Shake Hands, sich persönlich kennenzulernen. Die Teilnehmer lernen sich untereinander kennen. Sie lernen den Dozenten oder die Dozenten kennen. Und es wird geprüft, ob wirklich die Geräte auch geeignet sind. Das ist nicht trivial. Ich habe da Erfahrungen. Und das scheitert eventuell ein Kurs nur daran, dass die Teilnehmer nicht in der Lage sind, ein geeignetes Headset zu beschaffen und das auch in Betrieb zu nehmen. Jeder Oberschüler schafft das locker, aber nicht jeder Lehrer. Wenn das nicht gegeben ist, dann steht hier auch gleich rechts der Pfeil, der nach rechts zeigt, nein, ist nicht gegeben, die Startvoraussetzungen. Dann ist da im Prinzip Schluss. Und da muss man überlegen, ob man vielleicht in Zukunft die Voraussetzungen vorher herstellt. So, jetzt sind aber die Voraussetzungen gegeben und dann kann man weitermachen. Da sehen Sie zwei Pfeile. Ein Pfeil zeigt in den Synchronen Teil, der per Videokonferenz abläuft. Und ein Teil zeigt auf die Lernplattform. Ich habe da die Logos von existierenden Produkten untergebracht. Blitz von TeamViewer, links bei der Videokonferenz, rechts Moodle. Beide Unternehmen oder beide Produkte sind bekannt. In der Mitte steht hier noch Explain Everything. Im Prinzip der Ersatz für die Wandtafel. Ein interaktives Whiteboard. Das kann man sowohl synchron als auch asynchron nutzen. So, das ist jetzt erstmal der allgemeine Teil. Der wird jetzt konkretisiert. Den ersten Kurs, den ich hier vorschlage, den jeder machen sollte, der diese Tools noch nicht kennt. Der heißt Digitale Medienkompetenz im Inverted Classroom. Der wird nur wenige Stunden benötigen, abhängig von den Vorkenntnissen. Die kann man dann hier klären. Vielleicht reichen zwei Stunden, also eine Doppelstunde aus. Vielleicht braucht man auch ein Vielfaches davon. Damit das dann auch funktioniert, dieser blaue Teil. Dort wird klargestellt, vielleicht durch ein Video, was man vorher gesehen hat, worum es geht. Eine Keynote. Dann sollte man sich möglichst persönlich begrüßen. Dann ist das Verhältnis in der Videokonferenz gleich persönlicher, interessanter. Und man weiß auch mehr von dem anderen. Man hat ihn ja auch mal in 3D gesehen. Bei dieser Veranstaltung Shake Hands, da wird natürlich dann auch nochmal geprüft, am besten vor Ort, wenn alle zusammenkommen beim Auftakt mit ihren Notebooks, mit ihren Smartphones, die dann auch in einer Umgebung, WLAN, ein leistungsfähiges, getestet werden. Da stellt man dann fest, ob es funktioniert oder auch nicht. Man kann versuchen, das dann noch zu klären. Und die Teilnehmer schreiben sich dann auch die Handgriffe auf, wie sie dann, wenn sie in ihr Homeoffice gehen, das wiederholen können. Weil, wenn das dann nicht klappt, dann ist da die Veranstaltung im Prinzip schon beendet. In der Regel klappt das. Bei jüngeren Menschen sowieso, bei Studenten. Und dann geht es eben darum, die Produkte kennenzulernen. Ich habe hier die Werkzeuge für die digitale Medienkompetenz aufgeschrieben, die ich für unerlässlich halte. Office gehört sowieso dazu, steht hier nicht dabei. Und das kann auch nicht nur von Microsoft Office eine entsprechende Komponente sein, sondern kann auch von Open Office sein. Aber was Sie auf jeden Fall bei diesem Kurs Medienkompetenz im Digitalen kennenlernen sollten, das ist also eine Software für eine Videokonferenz, Game-Based Learning, Kahu habe ich hier aufgenommen, ein interaktives Whiteboard, Explain Everything und natürlich eine Lernplattform, weil, wenn man heute effizient lernen will, dann braucht man natürlich die Stelle, wo man miteinander direkt spricht, sprich die Videokonferenz. Und man muss eben auch eine Stelle haben, wo man zwischendurch was ablegt. Der Klassenraum, der früher aus Ziegeln oder aus Beton bestand oder Holz vielleicht in Skandinavien. Und das ist eben heute die Lernplattform, die Lernplattform für die digitale Bildung. Und da geht es eben darum, dann sich fortzubilden in Sachen Methodenkompetenz, die Fachkompetenz zu erweitern, Medienkompetenz sowieso. Und natürlich lernt man dabei auch, die Sozialkompetenz zu erweitern, weil, wenn man über ganz Deutschland oder über den ganzen Sprachraum verteilt ist, in so einer virtuellen Klasse, dann ist es extrem wichtig, dass man nicht nur miteinander kommuniziert, sondern sich auch gegenseitig unterstützt. Der Kursleiter hat im Idealfall eben noch die Funktion des Moderators und der Person, die dann weiterhilft, wenn die sich nicht untereinander selbst weiterhelfen können. Weil dann ist Bildung und Weiterbildung am nachhaltigsten, wenn also aus der Gruppe heraus fast alles kommt und der Kursleiter eben noch die Verantwortung dafür hat, dass alles vernünftig moderiert wird. So, das ist also jetzt die digitale Medienkompetenz. Dann habe ich hier das, was sehr viel Zeit beanspruchen könnte. Computerführerschein, das ist eine Sache, bräuchte eigentlich jeder. Wird an vielen Schulen mittlerweile in der Oberstufe, vielleicht auch schon in der Mittelstufe gemacht. Aber diejenigen, die schon im Beruf sind, die müssten das noch nachholen, weil wer nicht mit PowerPoint und Excel umgehen kann, schreiben kann ja fast jeder mit Word, der hat also schlechte Karten. Da wird dann am Anfang geprüft, ob die Startvoraussetzungen gegeben sind, wie eben auch. Und dann geht es eben hauptsächlich um Office. Office 365 habe ich hier gewählt, weil das hat also auch schon ganz interessante Dinge, die die klassischen Office-Produkte nicht haben, sprich Spracherkennung, Zusammenarbeit. Da ist also viel Interessantes drin. Deshalb schlage ich dieses vor. Die Synchronenteile laufen hier per Videokonferenz und die Asynchronen auf der Lernplattform. Es gibt dazu Links, die bitte ich dann also auch anzuschauen. Dieser Kurs wird sehr unterschiedliche Dauer haben, abhängig von den Wünschen der Teilnehmer. Auf Vorrat lernen macht wenig Sinn. Aber diejenigen, die sich dann schon beruflich in Zukunft mit Excel beschäftigen müssen oder mit PowerPoint oder mit Datenbanken, da kann man dann sagen, vielleicht reichen 40 Stunden für den gesamten Kurs aus, 40 Unterrichtseinheiten. Vielleicht braucht man auch ein Vielfaches davon. Aber das kann man dann abklären, wenn man eben die Gruppe zusammenstellt. So, ich habe hier das nochmal konkret zusammengestellt, was man bei dem Computerführerschein braucht. Die Werkzeuge, die da zum Einsatz kommen, sehen Sie oben im blauen Bereich. Da, wo es darum geht, Kommunikation, Kalkulation, Präsentation, Textverarbeitung, Office, im Prinzip noch nicht das ganze Produktpalette, aber die wichtigsten. Und das, was Lernzielplan ist, das ist hier unten links zu sehen. Da steht ECDL Standard Lernzielkatalog. Das ist hier die Version aus Österreich. Die deutsche ist genauso, nur die österreichische ist besser grafisch gestaltet. Deshalb habe ich ja den Link nach Österreich gesetzt. Klicken Sie einfach darauf, oder ich mache es hier auch mal. Dann sehen Sie, das führt also dazu. ECDL Standard Lernzielkatalog. Da sieht man die Copyrights. Und dann warum, wieso, weshalb. Die wichtigsten Schritte. Und dann sind hier erst mal die Ziele zusammengestellt, so in der Übersicht, aber dann auch sehr kleinteilig. Und die werden dann in so einem Unterricht abgearbeitet. Natürlich nicht im Frontalvortrag, sondern es gibt dann das, was wichtig ist, wird in Videos bereitgestellt, Erklärvideos. Dann wird betreuter Unterricht stattfinden. Und wer dann in der Gruppe nicht weiterkommt bei seinen Übungen, der kann dann mit dem Kursleiter Kontakt aufnehmen. Und dann wird beispielsweise per Videokonferenz und Schaltung auf den Monitor des Teilnehmers geklärt, was da eben an Defiziten noch ist oder was da an Fragen ist. So, dann haben wir das hier mal gesehen. Dann geht es weiter. DSH, Prüfungsvorbereitung im Inverted Classroom. DSH, das steht für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Im Prinzip, sehen Sie, geht es dann auch wieder darum, erst mal festzustellen, geht das zu machen. Bei dem hier skizzierten Ablauf, da sehen wir oben links das Thema, dann muss geprüft werden, ist das machbar? Das heißt, hat der Teilnehmer schon so viele Sprachkenntnisse, dass er in so einer Umgebung klarkommt? Das heißt, liegt beispielsweise der Level A2 oder B1 schon mal vor? Das heißt, er kann also elementare Dinge schon verstehen. Dann hat er die Geräte, um daran teilzunehmen. Das heißt, ein Notebook beispielsweise und ein Smartphone oder Tablet mit Kopfhörer beziehungsweise mit vernünftigem Headset. Ich habe hier so ein Fallbeispiel untergebracht. Werde ich gleich zeigen. Und wenn das alles gegeben ist, die Ausstattung ist da, die sprachlichen Voraussetzungen reichen auch aus, dann kann man das durchführen. Ich habe das also hier etwas anders noch dargestellt. Die Werkzeuge, um die es geht, da muss der nichts für investieren. Aber es geht dann darum, sich auf die Prüfung vorzubereiten und dann auch diese Fundstellen, die hier genannt sind, mal intensiv zu bearbeiten. Da gibt es noch mehr. Ich habe hier nur zwei untergebracht, damit das hier nicht so klein ist. Da muss man Fallbeispiele durcharbeiten und das geht natürlich im Synchronbereich am besten. Wichtig ist das Hörverstehen, dass man also, wenn man in der Vorlesung ist, auch versteht, was der Vortragende, der Dozent da vorträgt. Oder wenn es ein Gespräch ist, bei einer Übung, dass man also die Aufgabe versteht. Aber die Aufgaben werden ja häufig als Text geliefert. Da muss man das lesen können und man muss auch schriftlich antworten können. Das heißt, diese drei Punkte, Leseverstehen, Textproduktion und Hörverstehen, die stehen da im Zentrum. Und das kann man natürlich auch sehr gut über eine virtuelle Umgebung sprich eine Videokonferenz und eine Lernplattform realisieren. Ich habe hier, die Lernplattform habe ich ja nicht bereitgestellt, weil da müssten Sie sicher anmelden. Aber ich habe praktische Erfahrungen, weil mein Unternehmen, das nutzt nicht das ganze Gebäude in Kassel, sondern da sind noch einige Räume frei und die haben wir an chinesische Studenten vermietet. Und da hat eben einer von denen Interesse gehabt, an so einem Versuch teilzunehmen. Das heißt, ich habe ihm Aufgaben gestellt und wir haben darüber gesprochen. Und da sehen Sie auch hier unten schon, da gibt es Übersetzungen. Das kann man sich also anschauen. Und die Seite empfehle ich also. Der junge Mann war auf jeden Fall sehr glücklich, dass er diese Möglichkeit hatte. Er hat sich anstrengen müssen, wurde eben von mir und einem anderen Gesellschafter gelegentlich per Videokonferenz gecoacht. Es war auf jeden Fall so, dass er am Ende die DSH-Prüfung bestanden hat. Dadurch hat er dann Kassel verlassen, weil ihm schwebte eine Universität vor oder ein Institut vor, was der Künstliche Intelligenz noch mehr zu, oder im Bereich der Künstlichen Intelligenz mehr zu bieten hat als Kassel. Das war in diesem Fall das Karlsruher Institut für Technologie. Die Bewerbung und die DSH-Prüfung, die waren dann letztendlich erfolgreich. Aber ich stehe noch im Kontakt mit dem jungen Mann. So, das war das, was ich hier an drei Angeboten vorzustellen habe. Wobei eben das Erste mit der Medienkompetenz vielleicht für diejenigen, die von Ihnen sagen, Mensch, das ist interessant, was er da vorstellt. Das könnte ich auch, beispielsweise, weil ich hier Lehramtsstudent bin oder Masterstudent und möchte mich also auch vielleicht selbstständig machen oder ein Teil meines Einkommens dadurch erwerben, dass ich hier eine virtuelle Sprachschule anbiete oder virtuellen Unterricht bei der Hausaufgabenbetreuung. Für den empfehle ich also hier den ersten Teil. Ich selbst habe ja gesagt, habe das Interesse, mich zumindest mittel- und langfristig aus der GmbH zurückzuziehen. Wenn da jemand Ambitionen hat, einzusteigen, vielleicht die Geschäftsführung zu übernehmen, der kann mit mir Kontakt aufnehmen. Die Vorbereitung auf so etwas ist auf jeden Fall sehr preiswert. Deshalb habe ich hier auch auf meiner Webseite einen Beitrag verfasst, Locos-Szenario für den Einstieg in die Hightech-Weiterbildung. Den finden Sie hier auch, auch im Anhang. Ich sagte ja, der ganze Vortrag mit den Links, den können Sie als PDF-Dokument runterladen. So, das ist hier nochmal die letzte Seite, ist auch die erste. Das Video, wenn Sie dann den PDF-Vortrag haben, das können Sie natürlich auch aufrufen. Da klicken Sie einfach in der Mitte, da wo YouTube steht, drauf. Und dann wird mein Vortrag, so wie ich ihn hier gehalten habe, nochmal abgespielt. Wenn Sie Interesse haben, mit mir über die Thematik zu reden, die Webseite hier unten ist auch verlinkt. Da gibt es ein Impressum und da sehen Sie also auch die Daten zur Kontaktaufnahme. Im Zweifelsfall nehmen Sie einfach eine Postkarte. Dann landet das garantiert bei mir auch nicht im Spam-Ordner. Habe ich manchmal keinen Einfluss, was da drin landet. Und dann können wir vielleicht telefonisch oder per Videokonferenz nähere Details klären. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.